So, ich wollte ja jetzt noch einmal live gehen für euch. Ne, mache ich jetzt nicht. Das da hinten ist, ist die Band Dynamit. Also die heißen Dynamit und nix mit Dynamit im Feuerwerk heute. Ja, gleich 0 Uhr und die machen noch ordentlich Rabatz da hinten. Bisschen Flamenco, ordentlich Alarm und auf jeden Fall ist am Sonntag Showparty hier. Das ist sicher, um 18 Uhr steht das da drin. Und das ist jetzt Güterbeat. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns nach morgen. Ciao. Eine Güterbeat. Ja.